Musik Berg Nummer 3, die Artenberge sind so langsam in Reichweite Und in diesem Video geht es einfach um alles, was man dafür wissen muss Alles, was ich vorbereite und ja Zuerst mal werden sich die Berliner fragen und wundern Artenberge, das war doch der Teufelsberg Ja, war es bis vor kurzer Zeit Die Artenberge waren ursprünglich nur so eine normale Hügelerhebung Ich glaube 70 Meter über den Meeresspiegel Und dann wurde begonnen, da Müll aufzuschütten Ich glaube irgendwann in den 90ern Irgendwann später dann auch Erde und Land Und irgendwann war dort ganze Dinge so groß, dass sie sich gesagt haben Okay, wir machen daraus so eine Art Freizeitpark Oder Erholungsanlage oder sowas Und ja, mittlerweile ist der Hügel an sich stolz so 120 Meter hoch Es gibt sogar so ein Fündling, der da oben drauf fliegt Damals sind es 122 Meter, aber der wurde ja da wirklich drauf geschaut Also eigentlich, ja, es ist kein natürlich vorkommender Berg Es ist künstlich aufgeschüttet Aber ich dachte, es wird jetzt auf vielen Seiten Und auf vielen Quellen als höchster Punkt Berlins angegeben Sogar auf Wikipedia Deswegen ist das, der Berg für die 16 Summons Der höchste Punkt in Berlin Und jetzt kommen wir zum lustigen Teil Nämlich, wie man da raufkommt Das ist nämlich gar nicht so easy Man kann sich schon denken Wenn der Müll aufgeschüttet wird Und dass da alles gerade noch gebaut wird Kann man da nicht so einfach rauf Und so ist es auch Ja, es ist ein Privatkunststück Und eigentlich darf man da nicht rauf Bis auf September Da ist irgend so ein Bergfest in Berlin Da darf man da rauf Sonst eigentlich nicht Trotzdem habe ich sehr viele Quellen gefunden Wo von einer Lücke im Zaun die Rede ist Oder sogar von mehreren Lücken Und dass es da auch sehr viele Fußspuren gibt Vor Leuten, die da rauf möchten Und dann habe ich weiter geguckt Und dann standen so Sachen wie Das wird bewacht, beschildert Und da hatte ich der meiste Sorge Das Videomaterial wird zur Anzeige gebracht Das heißt, wenn man da rauf möchte Sollte man aufpassen Das vielleicht in so ein bisschen Dunkelheit tun Und das Blödeste wäre Das irgendwie anzukündigen Zum Beispiel auf YouTube Oder das dann zu filmen Dachte ich Und dann habe ich weiter recherchiert Und es geht anscheinend speziell gegen Motocross-Fahrer Die auf diesem Berg Motocross-Rennen fahren Weil das natürlich einen Rasen kaputt macht Da soll jemand drauf Weil die das gerade begrünen und so weiter Und ich habe Videos gefunden Von Leuten, die da oben draufstehen Die auch schon Monate alt sind Und die immer noch auf YouTube sind Viele Videos Und da dachte ich mir dann irgendwann Okay, es ist nicht ganz erlaubt Wir sollten jetzt kein Sicherheitspersonal Da in die Arme laufen Aber ich denke Wenn wir uns da raufschleichen Und das filmen und hochladen Wird uns niemand so böse sein Das hoffe ich zumindest Das Video kommt dann Die nächsten Wochen Wenn ich da war Wenn ich es schneide Ich sage bewusst nicht genau wann Und ja Sollte ich wirklich erwischt werden Und sollte das nicht gelingt Dann mache ich halt Ein Video vom Teufelsberger Natürlich schade Aber wie gesagt Bei den ganzen Videos Und bei den ganzen Dingen Die ich rausgefunden habe Ist es glaube ich Relativ safe Dass ich das hinbekomme In diesem Sinne Freut euch dann Ob in ein paar Wochen Wo ich das versuche Beziehungsweise versucht habe Und ihr seht dann Ob es geklappt hat Oder nicht Schau Was tue ich hier We used to think Our words were cold A lot of bonnet hearts Could wester and cold cold Oh oh And we used to think